Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich habe in letzter Zeit keine Videos gebracht, aber es sollte jetzt hier ein Ankündigungsvideo werden. Und ich wollte sagen, es wird auf meinem Kanal Minecraft auf dem PC geben. Wollte ich nochmal sagen, auf GOMMA und auf Pixel. Es wird alles noch folgen. Neues Intro wird es auch noch geben. Und Leute, morgen wird es in 24 Stunden ein Video machen. Wir werden einfach die ganze Nacht aufbleiben. Und ja, schreibt mir in die Kommentare auf, wer darauf Bock habt und welche Spiele ich so spielen soll am PC Minecraft. Oder welchen Spielmodus auf Pixel oder GOMMA. Könnt ihr mir alles sagen. Ja, und neues Intro, das wird nämlich auch bald erscheinen. Dann würde ich sagen, bis nächstes Mal.